Hier, nächste Höhle. Gehen wir jetzt auch noch hin. Mach fest. Ist ja ein Busch. Geht auf den Busch. Reinig in die Höhle. Naja, das war keine Höhle. Ne? Alpaka. Alpaka kaka. Auch nix Höhle mehr. Das müsste man sich ungefähr merken. Ach, das war bei den Chrono Falls. So, jetzt müssen wir wo Richtung? Richtung Nordwesten. Daran müssen wir. Um nach Hause zu kommen. Also langsamer sichern mal. Aufsitzen. Oh. Verdammt. Aufsitzen, um sich wechseln. Da sind viele Höhlen. Nur kleinere. Egal. Aufsitzen würde ich sagen. Das ist ein Skelett. Moment mal. Ja. 1 Skelett plus 2. Zombie plus 2. Ach du Schande. Der Skelett ist echt hartnäckig. Ich bin auch in diesen Ruinen von Nano, dass die sehr hartnäckig waren, ne? Ja, ist sehr hartnäckig. Und sehr schnell. Hilfe. Hilfe. Oh, der ist richtig zu dir gejumpt. Alles schön für ihn. Mach deine Schildkröte hoch. Peace. Na doch, die rennt eben hinterher. Genauso wie der Maulwurf auch. Ich krieg da eine. Lauf gerade auf mich zu. Oh, der geht's nicht. Oh, der geht's nicht. Das ist ein Hartnäck. Ja. Das ist gut. Da brauch ich mich immer nur zu drehen. Liegt? Kommt. Kommt. Boah. Guck mal einen blöden Pferd am Backen jetzt. Oh, der vergleiche ist die Pult. Oh, jetzt mal Metzl hier. Fein Gott, ne. Jetzt ist aber gut. Hülle weg. Katze raus. Oh, ich reite jetzt mal auf meinen Peacock. Ja. Das sieht cool aus. So. Ja, dann versuchen wir mal querbeet durchzureiten. Los. Aha, man kann auch reiten und farmen. Also Büppchen aufrachen. Ohne abzustellen. Aha, du passt auf da, ne. Ja. Bisschen Augen aufhalten. Unbedingt in die größten Typen reinrennen. Da stehen welche, da stehen welche. Aufpassen. Hübschen. Was bisher. Doch nicht. Auch weg. Oh ja. Bei Untote plus zwei. Ja, ich weiß. Ich hole ja ab. Hier ist alles voll. Alles voll. Weit schon Slalom. Durch die Bäume durch, damit mich keiner trifft. Alles voll von den Typen. Also ich höre und sehe keinen mehr. Was? War ich noch richtig? Ne. Da verkehrt. Da lang. Ne, ne. Halt dich wirklich in Wasser. Gut zurückgehüpft. Ja. Ich bin vor und hup. Ich bin durch die Kurve geschlagen. Ja. Ja. Alles richtig. So. Wo da? Alles dicke Ochsen. Alles in meinem Törtel. Ich mich immer noch auf. Äh. Raus hier. Ich hatte wieder Typen am Eimer. Am Hintern. Könnte quasi da eigentlich schon Level 6 sein, ne? Ja. Sehr prima. Da. Ich erledige mich die Zwiebelköpfe. Hau. Ab. Die Ringe. Laufende. Bei Tische. Ich wohne. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Da läuft so ein Waschbär. Hopf. Oh. Riesenkühe. Also alle haben wir vorne umgebracht. Und da ist die Freundin. Deine Freundin. Die Riesenfliege. Die werden die nicht mal killen. Oh Gott ist das. Ne. Das ist eine riesen Eule ist das. Echt? Ja hier im Wasser. Ja ich sehe. Komm mit hier auf die Seite. So. Dann werde ich jetzt mal was speisen. Ja muss ich auch. Das ist eine Eule. Oder was ist das für ein Tier? Das ist eine Eule. Kann ich die schamen? Hehehe. Äh da kommen Hexen. Pass auf da kommen welche. Feindliche. Ja meine Katze im Visio. Oh boy die haben die direkt platt gemacht. Ja. Sau voll. Äh. Hat gemacht. Hat gemacht. Ich muss erstmal wieder was essen. Echt? Ja. Ich tausche den blöden Peacock aus. Gegen einen Chicken. Kampfhuhn. Nein. Level 3? Schicken. Erne ich. Eskadara. 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 Und ich zieh so richtig durch extra. Bleib doch stehen! Du sollst nicht. Schieß mal auf die. Ja so und jetzt muss Turtle die haben. Ja jetzt Turtle hat sie. Ok. Ja die hat sie nicht. Na ich helfe mir hier. ja ein Schild angemacht üppische ja ich kann nichts ab Warte extra öpp Katara ja das nächste mal zack 18 Fire Spirits sehr schön Maubruf aufsetzen geht nicht wäre da irgendwas raus so gucken in uns Richtung da rüber lalalalalala ja wir sind ja jetzt hier die derbsten Killer ja das sowieso das mit dem Reiten das ist echt angenehm ah von schönes ja meine Schaffobie ist vorbei dank meinem Turtle glatt gemacht das ist aber cool das so zwischendurch mal so lila Viecher da rumlaufen ne wo man einfach mal ein bisschen testen und gucken kann dann hier wegkommen ein Human warte mal ich hätte mal die Menschen hier töten ich lass mich immer mal dran aufsitzen dumm ja ein Wolf was findet er denn? Wölfe? hm können wir sie killen? die sind orange ja Feuer 18 oh das war für beide zusammen ne? ne ne da denk ich da mal sonst wären die 1 sind aufgefüllt 10 hmm hm hm Wölnix essen Wöln in die City Wöln wir da eigentlich? Wöln wir da eigentlich? gleich Haier machen Zeug verkaufen und mal gucken ob ich mir mal ein bisschen eventuell mal ein bisschen Rüstung basteln kann eh immer gehauen werde Zeugel 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 ich bin blind dann muss ich als erste sterben ich muss nicht mehr viel leben ne? ich hab gesehen ich werde wohl was essen müssen ich hab gesehen ein Eischhörnchen ne? Ja. Ja. Was kann man denn mit dem Croissant holen? Hast du schon gesehen? Ich habe mal nachgeguckt. Nein, noch nicht. Das würde mich aber auch mal interessieren. Ein Croissant. Let's look at that shirt. Ein... Scottish Terrier. Ich bin okay. Ohne Engländer. Wir können ja mal da nix. Wir können neun. Immerhin. Ja. Aufsteigen, weiter geht's. Lalalala. Hast du schon aufgesessen? 30 Punkte. Ja, das geht ja flott. Dann hat mein Turtle wieder level up. Oh, da ist das schon. Home sweet home. Kürbisse. Kürbisse, Kürbisse. Klopp. Aber die auch werden reiten, Raffen. Ja. Yeah. Das ist toll, du steigst da nicht rauf. Wir sind aber noch nicht da. Das ist nur der Vorort. Doch. Hier ist der Pupp. Ist das jetzt der Ort oder nicht? Da ist er nicht. Ist das hier so ein Vorort? Da gehen wir mal weiter rein, ne? Ja. In jeden Fall haben wir schön wieder abgeräumt, würde ich sagen. Mhm. Ja, würde ich auch sagen. Genial. Tolle Mobs gekillt. Wir können reiten. Yippie. Hier. Äh. Da kann ich überhaupt eventuell sogar noch ein paar Punkte skillen. Ne. 12 von 12. Oh, siehst du. Ich brauche nur mehr viel zum Level up. Ja. Noch 60 Points. Da kann ich bar 8. 38 brauche ich noch. So. Ja. Dann suchen wir uns nen Pupp. Oh ne schöne Bank. Ah, ne schöne Bank. Ja. Ich setze mich hier hin. Schöner. Zack. Kann ich auch beide hinsetzen? Ja, ne blöde Köter hier, ne blöde. Ja. Ach, da leck mich. Dann bleib mal drauf sitzen. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal Feierabend. Ja. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Schrahand